Schönen Sie sich glücklich, Captain Parker. Die junge Frau Dr. Möbius erklimmt gerade die nächste Stufe der menschlichen Evolution. Und dann kommen Sie an die Reihe. Evolution? Für mich? Nein, danke, da bleibe ich lieber ein Höhlenmensch. Steht dir nicht schlecht, ehrlich. Schönen Sieg Computergestützte, biologisch verwendete Lebensformen beschädigt. Bitte alle nicht kontrollieren den Prozess erschließen. Das Tiberium hat dich überraschend gemacht. Alarm, kein Ringling. Alarm aufgehoben. Alarm, ein Ringling. Alarm aufgehoben. Alle Einringlinge sollen sich bitte im Gefängnis holen. Ich bin nicht glücklich, wenn du dich verwendest. Alarm aufgehoben. Alarm aufgehoben. Ich bin da vor. Ich bin nicht glücklich. Was ist das? Ich will dir deinen Fehler verhauen. Dein Tod steht davor. Ich will dir deinen Fehler verhauen. Erweite dich für alles in dir. Mit deinen lächerlichen Angriffen kannst du mir nicht schaden. Mit deinen lächerlichen Angriffen kannst du mir nicht schaden. Mit deinen lächerlichen Angriffen kannst du mir nicht schaden. Ich bin es leid mit dir zu spielen. Zeit zu sterben. Dein Tod steht davor. Warnung! Du solltest nie fragen, was dein Land für dich tun kann. Denn was dir heute noch schwer erscheint, wird dir morgen schon leicht verfallen. Das ist neugierst du mir zu laufen. Entschuldigung! Den Kannst du einfachen, was du schwerer? Das ist neugierst du mir nicht zufrieden. Die Bewertung! Den kann nicht Curtis nicht raus. Der Perfekt! Aber dann ist alles gut! Der Perfekt! Der Perfekt! Bis zum nächsten Mal.